When my little daughter, I think she was maybe 8 at the time, ach, sollte ich Deutsch sprechen, doch sicherlich. Ja, als meine kleine Tochter, die damals so 8 Jahre alt war, hat mich gefragt, aber auf Englisch und ich werde es jetzt, es ist zu schwer zu übersetzen, hat mich gefragt, Daddy, what time is it? And I don't want to know how a watch works. Die Naturwissenschaft als Folge der Idee der Berechenbarkeit und so weiter und alles, was ich gesagt habe, ist zu einer Religion geworden. Es ist die moderne Religion. Was ich dabei meinte, was ich dabei meine, ist, dass es hat einen Katechismus, zum Beispiel, dass jeder Aspekt der Realität berechenbar ist, computable ist. Das ist es nicht. Da kommt Ionesco rein. Alles ist sagbar in Worten, nur nicht die lebende Wahrheit. Und ich will das ein winziges unterstützen, wenn ich frage, Was ist die Aufgabe des Künstlers? Es gibt Sachen, es gibt viele Sachen, vielleicht sind es die wichtigsten Sachen, die wir wissen, wir alle hier, die wir nicht sagen können. Die Sprache reicht nicht aus. Und die Aufgabe des Künstlers ist, die Grenzen der Sprache zu zersprengen, wenn möglich, aber es ist nicht möglich. Besonders der Dichter ist gefährdet. Dichter ermorden sich selbst, aus Frustration sozusagen. Aber die Aufgabe des Künstlers ist, irgendeinen Weg zu finden, die Aussagekraft des Menschen zu vergrößern. Dieser Weg kann Malerei sein, es kann Gedicht sein, es kann Musik sein, es kann der Roman sein und so weiter. Und ich denke hier an Ulysses, zum Beispiel der Roman Ein Tag in einem Leben. Und das ist so ein dickes Buch. Sie spüren die Hand auf ihrer Schulter. Was passiert? Und jetzt versuchen Sie, es aufzuschreiben. Sie kommen nach Hause und Sie hatten eine Erfahrung. Die Hand auf der Schulter. Was auch immer der Kontext war. Nicht? Es könnte, naja, also ich sage nichts weiter. Und darüber, nicht? Aber es stellt sich aus, wenn Sie das völlig beschreiben wollten, dann würde es den Rest Ihres Lebens dauern. Sie können es nicht. Sie wissen, aber Sie können es nicht sagen. Das ist die Geschichte von Picasso. Da steht ein Mann im Museum, er sieht sich an Guernica, Picasso läuft vorbei. Der Mann geht, ach Meister, wie ich das Bild liebe. Und er schwärmt und schwärmt und dann sagt er, aber sagen Sie mir, was bedeutet es? Und Picasso antwortet, wenn ich Ihnen das sagen könne, würde ich ein Schriftsteller sein. Aber ich bin ein Maler. Und das meine ich. Das meine ich. Aber ich meine auch einfach Augen offen. Es fällt mir ein, ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber trotzdem fällt es mir ein. Wieder mal so Malerei. Da ist wieder mal Museum. Ein Picasso hängt da. Und es ist ein Profil. Das ist ein Profil einer Frau. Nur der Kopf. Und da sieht man in diesem Profil zwei Augen. Da steht ein Mann vor diesem Bild. Und er liebt das Bild und so weiter. Sehr begeistert. Picasso kommt vorbei. In meinen, er kommt immer vorbei. Picasso kommt vorbei und der Mann sagt ihm, wie sehr er das Bild liebt und so weiter. Aber, weißt du, das ist doch nicht real. Also, in einem Portrait sieht man doch nur ein Auge. Und es sind zwei Augen. Hören Sie mal. Also, sehen Sie mal. Hier ist ein Foto meiner Frau. Und die steht da vor dem Eifelturm und so weiter. Und Picasso nimmt das. Und er streichelt es. Und er sagt, Ihre Frau ist sehr flach. Und dann dreht er es um. Und er sagt, und sie hat überhaupt keinen Hintern. Das ist die Geschichte. Und jetzt kommt meine, jetzt kommt meine, was soll ich sagen, Interpretation, das ist vielleicht nicht, oder Vollendung der Geschichte. Ist es wirklich so, dass man nicht zwei Augen sieht in Broadway? Nicht? Naja, manche von Ihnen sind alt genug, mal verliebt gewesen zu sein. Und es kann sein, dass Sie, ich spreche jetzt zu Männer, weil es ist ja die Frau, die Sie zwei Augen und so weiter, und dass manche von Ihnen sogar mit einer Frau verliebt waren. Und dass Sie mal ganz nah, ganz intim mit Ihrer Frau im Bett liegen, in Liebesrausch, wie auch immer man das sagt. Und Sie sind ganz nah zueinander. Und da sehen Sie zwei Augen. Und es kann sein, dass dieser Mann und viele von euch hoffentlich haben diese Erfahrung gehabt und haben es öfter. Ich wünsche es Ihnen. Aber Sie haben es nicht wahrgenommen. Sie haben da in einem gewissen Sinn eine Freude. Einfach ignoriert. Und ich spreche, was ich rede, ist, ist lebend durch das Leben zu gehen. Und ich wurde mal gefragt, glaube ich, dass wir mal menschenähnliche Roboter haben würden. Und, wenn ich das glaube, macht mir das Sorgen. Kummer, nicht? Ja, werden schon haben. Ja, also, die in dieser Welt und so weiter, nicht? Und macht mir das Kummer. Was mir mehr Kummer macht, ist roboterähnliche Menschen. Ja, also, die in dieser Welt und so weiter.